Alltså, alltså! Wir können auch�ne, wir können auch aufzeigen, ягt nach unten und kam auch auf die Kuhnstelle uh, über den Stadion Is pessoa之後. Flugsch politic Hulk, auch in G cancer! исс GmbH Wir werden gerative corn出去, wir machen mit der Ausbildung der nun Los Razz Grüß der Ball! Ah, hier ist der Zeig! Ja und Jungs! Hallo zusammen! Mein Name ist Florian Zilber, ich bin Kürzer Externe und sie bestand aus! Kürzer Externe Läu Führer Eich Führer Eich Führer Eich Führer Eich Führer Eich Wiedersfünster ist Luis Und der wird zum Ball gebracht Wunderschön ist leicht Wunderlich geholfen Wunderlich geholfen Kurzer Pass, wieder auf die Bundesbank, auch in der Karriere. Ein Tag zum Kommen wieder und Schluss. Neben ihm, Lois, und Lois geht in die Endzone. Touchdown-Wandel wieder zu. Und Touchdown wird angezeigt. Sebastian Baum, beim Kick. Gibt's los, 7 zu 0. Wieder kurzer Pass auf euch, und er hat hier wieder viel Platz für dir stehen. Nichts alleine lassen. Und Touchdown, Lois, Kick. Du bist jetzt 15 Uhr. Der Publikum. Der Ball ist los, der Touchdown wird angebracht. Oh, der Blut! Gibt's gleich, 1, 6. Verliegt ihr beiden Pass. Die haben schon weiter los mit dem Bruderlois. Wieder Chelsea Lulis, und wieder kann er hier eine Tag im Ecken, 2, 3. Andi, seht sie auch, nie wieder da. Chelsea Lulis, mit dem Ball unterwegs. Der ist ganz, ganz schwer zu checken. Ist aber hier unterwegs. Touchdown. 4,3 für die Vikings. Auch Alexander Sanz. Angetäuscht, auch nicht getäuscht. Und da ist er. Der Touchdown. Charlie Lulis. Ja, der Ball, der Schuss. Jetzt wieder Pass für Schumpen. Weiter Pass. Und zwar der Jubiläume. Der Spielplatz. Gut abgeschenkt, gut eingeschickt, da kommt der Ball, da kommt der Schuss, und der ist präzise. Jetzt kommt der Reiter, Marskoller, wo ist das ein, wie eine große Druck, und da ist jetzt 1,3,7, Marskoller, und da wird er gestoppt, da wird er auch noch der Ball ein bisschen, und das ist ein Super-Spiegel, und wieder die Jets in den Chains, und kommt der Bass, jetzt geht er ein, da ist der Arme bei der Bass, und kass zu scheuern, geht sich so los, im Allgemeinen an der Eintrachtlinie. Feine ist das, ja. Wir haben wieder Passversuch. Und ich würde es noch an den Rücken. Wer kann das sein? Wer kann das sein? Der Rolllayer in der FIIL ist ein Komplett-Forweg-Pass. Wir haben einen Aufschluss für mich nicht zu warten. Wo kommt der Pass jetzt? Hier! Und ein Kompli-Tier! Pass! Und! Ein Kompli-Tier! Und jetzt ist es auch ein Kompli-Tier! Und jetzt ist es auch ein Kompli-Tier! Und jetzt ist es ein Kompli-Tier! Durch zum nächsten First Down! In Ihrem dritten Versuch! Jetzt passt es vor! Freimann! Schönen Tag! Willkommen! Mike Zürich! Ist ja alle noch perfekt! Verraten und auch der sieht gut aus! Ist auch! Und da kommt der Pass auf! Einmal auf unsere Telefon! Jetzt geht die Luft rein runter! Und sofort rein! Heimann genommen! Jetzt wird es raus! Ein paar herrliche Box! Immer nicht so leid! Mike Kings wieder in Offensive! Schatze Luis! Tanzt hier wieder durch die Reihe! Und... Schatze Luis! Nachschau! Nachschau, Schatze Luis! Und auf der nächsten Punkt ist diesmal vorbei! So, nächster Versuch dabei, Dings! Und die nächste Punkt ist das? Und für neue Sprechstunde! Und für neue Sprechstunde! Und für neue Sprechstunde! Die letzten 10 Minuten Meisterschafts-Minuten in dieser Saison, aber nicht die letzten. Und da hat er viel Platz, alle Themen die Jannei-Volomech bei den Vikings, er läuft hier ganz, ganz sicher. Die Vikings spielen jetzt ganz nachtisch gut, lassen die Uhr herunterlaufen, geht kein Risiko mehr ein. Bevor uns so weit bringen, aber es kommt zum Beispiel das Laufspiel. Jetzt ist der Maradou. Schöner Pass jetzt, Böckstabler! Knapp gestoppt von der Linie, schöner Lauf, schöner Pass. Ander Zeke an hier. So, damit der 20er voll wird, extra Punkt. Und er ist gut. Die große Finale-Phase mit Auguri und mit Meisterschafts-Minuten. Zweiter Pass noch viel Platz, Dominik Kubik. Mit den Fans entschieden. Es ist nur die Frage, wer macht noch ein Score vor dem Ende? Und da ist der nächste Fürstau. Und da ist der Maradou. Tanzen durch die Verteidigungsranken der Giants. Vierten Versuch, also aus, war der WTNP. Jetzt mit dem Pass passen. Guter Pass. Und... So, noch einmal. Guter Pass, wo kommt er hin? Ja! Da kommt der Schuss. Und das hat auch gepasst. Jawoll! Das war ein Akkordzeichen. Tessie Nulli, als der Turner. Auch ein Super Kick. Auch ein Versicht zu 27. In einem interessanten Fußballspiel. Und ein schönes Fußball auch bei Ihnen. Great job!